Herzlich Willkommen zu meinem nächsten Let's Play Minecraft Es ist nicht draußen dunkel, ich muss gerade meine PC mal starten, weil die Zahlen ganz schön tief waren So, ich würde sagen, wir bauen jetzt, äh, holz Ah ja, holz haben wir ja ganz viel jetzt geholt So, ich würde sagen, fangen wir mal an jetzt zu bauen Und zwar den Boden Dieser Minecraft-Song wollte mir, oh, gleich mal zu bauen Empfohlen von einem anderen YouTuber So, oder, so, oder, ah ja So, so, so hier, wollen wir gleich mal ein bisschen hell machen Und auf jeden Fall hier noch, zack So, als wenn es Tag wär So, eins Das geht jetzt schon wieder los Wow So, ich habe jetzt einen Tipp mal verwendet, der gesagt hat, es ist meine FPS-Zeit, also mein Schweizer ein bisschen Hör machen hier mit Task Manager, Tür zu Äh, kannst mich mal Ah, komm her, komm her, komm her Soll ich rauskommen? Soll ich rauskommen? Okay, ich komm raus Was? Da bist du Ah Stirb dran Ah So 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 Ah Wenn das jetzt nicht mehr stoppt Dann bin ich Dann bedanke ich mich richtig stolp Wenn ich nicht mehr stoppt, dann Ihr wisst schon Nicht mehr nach dem Scheiß-Zeit her, komm her So, vielleicht haben manche schon das Ankündigungsvideo gesehen Ähm Ja Ich werde jetzt drei Let's playen, das ist jetzt offiziell Ähm Aber es haben sich andere zwei auch schon gefunden, die es am ersten Tag machen wollen Das heißt, an dem Tag werden zwei Let's playen, das Spiel machen Das ist jetzt noch mehr, ich würde sagen, noch mehr Ja, muss ich ruhig dich stolp beeilen, das hab ich auch vor Aber so, ja, okay, kampf jetzt werden So Ist jetzt hier zu? Wer macht hier wieder Stunk? Na? So Wer macht hier Stunk? Ich bin da Ja Bist du hier unten? Komm, zeig dich Ah Schäm dich Komm her Ich mach mal fest da wieder zu, ne? Ciao Und bis da wieder Ah Jetzt hab ich wieder große Schnauze gehabt Ja, mit Zombies macht das Spiel mehr Fun Wow, wau, wau, willst du mit rein? Komm mit rein Ah So Minecraft So So Da wurden ja auch bald Schatus So Irgendwo machen wir dann auch so Leiter rein Sodass wir runter gehen können Kommen wir mal den Boden jetzt ganz schnell weg. So, wow, wow, ich hab gar nichts hier wieder runter. So, die kaputt? Nö, es sieht aus, als ob das jetzt gar kein Fehler mehr kommt. Ey, das war ein super Tipp von dir. Wenn jetzt nichts mehr passiert, dann bin ich super glücklich, dass du dir einen Tipp gegeben hast. Da bin ich nicht drauf gekommen. So. Oh, es war hell. Bam, bam. Bam, 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 bam. 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 So, jetzt kommt auch ein Lied von mir. Das mache ich jetzt gleich an. Von meinem Lieblingssänger. Moment. So, ihr dürftet ihn eigentlich alle kennen. Ihr solltet ihn, ihr solltet ihn eigentlich alle kennen. Er ist nicht cool. So, die meisten wissen schon jetzt, was das ist. Eines der geilsten Lieder. Ja. Äh. Äh. Komm, schneller. Komm. Wollen wir ein bisschen Durchzug hier machen. Soll ich kein Zombie-Wetter, oder? Jetzt hätte es Creeper. Zwei Creeper. Ach, passiert schon nichts. Ja. Der Rest, der geht an. Ach, so geil das Lied. Aber irgendwie würde ich ja besser dafür verwenden, dass hier krass bleibt. Das ist ja mal krass. Bleibt ja dahin. Geht ein Moment, dann geht es los. Dann bin ich auf der Datenautobahn. Gamer sind geil, sind geil, weil wir haben Spaß am Leben. Ja. Sind geil, sind geil, weil wir mal Gas geben. Gamer sind geil, sind geil. Oh. Oh. Wann konnte ich unsere Tür ausbauen hier? Ey. Hab ich jetzt, hab ich jetzt aufgenommen? Ja, ja. So, jetzt noch mal reinbauen. Von außen. Ah. Ah. Zau ich ihn bitte. Ich hab lange nicht mehr gehört. So. Ich muss sagen, nur mal kleiner Aufruf. Ihr habt, es hat sich fast keiner, es hat sich noch gar keiner gemeldet. Für das Video da wo steht, ich würde, äh wer würde dabei sein. Bei W.O.W. Part. Ähm. Ich versuche mir heute nochmal das Video an, um was es da geht. Ähm. Wenn nicht, dann gibt es kein Special für Hundert. Es müssen sich mindestens vier Leute finden. Mindestens. So. Jetzt haben wir Bauen und weiter. Und. Und. Wieso Wieso Creeper kanske immer auch hier reinhauen. So. Jetzt unzul� rüber davon. Wissens. Wieviel machen wir denn. Moment nochmal hochgehen. 1, 2, 3, 4. Sooo. Ab hier geht es er los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 30. Neun Acht Neun Acht Neun So, nach rechts bauen wir Gut, so perfekt Klar, Moment, neues Lied So, jetzt habe ich noch höher gemacht Okay, ist jetzt der Schmer Ist jetzt echt Zeit So Ne, wer hat ein Schwein? Ne, ich mache hier mit noch Fertigschmerzen So, so Ja, hört es euch an Wird schön leider auch Ne Das ganze Leben So Weiter hinter, weiter hinter So So, dann können wir schon die Grenzen haben Moment, hier noch schnell hin Das ganze Leben Ist ein Lord Ein riesenloses Lord Ein riesenloses Lord Ein riesenloses Lord So So Kommt die Tür rein So So Moment, neues Lied So Ich muss jetzt mal schätzen Wie lang es geht Also ich mach vielleicht 20 Minuten Auch noch vielleicht noch ein bisschen mehr So, dann muss ich schnell in die Tür hier So 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 Und So 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 Wow Wow So So. So. Alles wird sich ändern, wenn ich proben, wenn ich proben, wenn ich proben. Ich war doch meine Zeit, ja, ich bin dafür bereit. Jeder kennt an meinem Namen, ganz besonders die Dame. Ich bin Name-Grid. Ach ja. Nein, wieso? Es kann alles so schacharliegen. Ich bin echt hässlich und dick, aber eins ist mir auf jeden Fall klar.